hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play together minecraft diesmal mit shaders mod weil ich mal bock drauf habe und mal einen kleinen weg rausgefunden habe wie ich damit spielen kann und ja ich habe den ton nicht an nein jetzt bin ich schon wieder aus dem server rausgegangen auch jetzt geht es mir noch gut ton mal an vielleicht musik wann so kommt schon zum zweiten mal wieder explodiert wieder in unserem haus oder wo bis jetzt nein am rand vom haus hier da wo es meine weg hoch geht gott wir können schon wieder voll fixen als du kein schwert oder so ja als der nico dabei war noch macht ihr neues zeug werden zwar nicht so viel das tut uns sehr sehr leid dass hier überall löcher sind das ist sehr sehr leid und doch dort bütsch hau 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 muss sagen es sieht sehr sehr cool aus m schilders auch noch so wenig eisen müssen wir haben 8 eisen müssen unbedingt Das war der weiche Mann. Oh, ich war im Urlaub heute, ne? Und jetzt ist alles so armeeratiert, ihr könnt es mit fleißen. Ja, wo soll man in die Höhle gehen? Ja, würde ich sagen. Ja, wo? Ich dachte, es ist seit letztem Mal extremst gewachsen. Gib mir die Sieg! Gib mir die Sieg! Warum ist meine Sieg? Jetzt nicht mehr, boah! Nein, mir fehlen zwei. Ich töte dich. Okay, gehen wir uns in die Höhle suchen. Vielleicht finden wir ja melonsam. Das wäre auch mal geil. Ja. Tschüss! Gott, ist das so hell. Oh ja, mit F5-Mode rumrennen. Bring noch ein bisschen freilagiges Klopapier mit, wenn du in die Stadt kommst. Was für eine Stadt? Was labisch, du? Das ist labisch. ist schon weg folgst du mir mal habe zu wenig nahrung ich muss mal eben kurz vor allem weil die mussten gar nicht von superman ist oh mein geil um oh mein geil bitches fliegende insel bitches das hätte dir nicht gedacht g8 bittschiff ein bisschen höheren du solltest mal herkommen auch gibt es hier voll viel fliegende der reihe jetzt locker 20 schafe das war dort 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 und ich komme ich komme wo bist du denn Dürttel Ne, wo bist du ohne Sport? Keine Ahnung, ich kann nicht reden Ich bin... Da, wo die ganzen Schafe sind von mir Ah mein Gott, wo meine ganzen Schafe sind Moment, das Text ist gerade ankommen Ja, ich bin doch sogar gar kein... Hier ist voll die tiefe Schlucht, hier sollten wir doch rein Okay Ah, das sieht so geil aus Wo ist das süße Schaf? Oh mein Gott, wo ist ja ein süßes Schaf Ein so süßes Schaf Oh, ich krieg gleich ein Auge, weißt du? Ja Guckst du mich an, guckst du mich an Jetzt wenn dich doch nicht hab, ich will dein Arsch nicht angucken Ah, okay Das eine Schaf steht im Schatten Das andere steht mit der Sonne Äh Äh Okay, ich komm nach Hause Ah, unter Wasser sieht's eigentlich auch gut aus Okay, da gibt's keine Schatten Nein, Schmack hat nicht Ja, wir werden die ersten paar Folgen nur damit verdringen, dass ich rumrenne und Töne mache Bist du beim Haus? Ja, es gibt ein Spiel, es heißt Es gibt ein Spiel, es heißt Es gibt ein Spiel, es heißt Minecraft Ja, und? Bist du im Haus? Bist du im Haus? Das ist eine üble Nachmache Und kostenlos Es gibt viel bessere Nachmache und die kostenlosen sind kostenlosen Besonders Okay, wo bist du? Ja, ich mach mir grad das Sex spät dran, Moment Ähm, F1 Nein, mein Schwerter Gibt's hier eigentlich, wo ist das Holz? Wir müssten noch ein bisschen von dem weißen Holz machen Was bist du? Ich bin dein Motor Ja Ich komme, ich komme Ich lass mir grad noch MC-Patcher runter Ich stell sie dann im Schatten Also ich warte Genau, ich hab's hier Hurra Party, Party Okay Oh ja, okay, wo bist du? Am Haus Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Okay Oh mein Gott, da bist du ja hörst Du Moment, Moment Wochenanal, bleib stehen, bleib stehen Moment 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 Du musst dich erst den Arsch versohlen damit du mitkommst Okay, dann Ja, okay Jetzt komm ich mit Das wird ein langer Weg. Wahrscheinlich bist du wieder zu langsam. Nee, F5 ist kacke. Ich gucke mich durch. Da hinten ist so ein geiler Wald. Oder da ist so ein geiler... Geile Schlucht. Geil. Da könnte ich richtig... Da könnte ich meinen Masturbieren, weißt du? Gut. Kommst du mit? Bist du da? Bin ich da, ja. Wenn du über den Hügel springst, so... Da sollte man echt mal so einen komischen Film machen, so... James... James Grün... Dann zieht man so einen James und einen Keks. So... Nom, nom, nom. Hey, 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 what the f... Ich wollte dir eigentlich das Teil zeigen, damit du da nicht runterspringst, aber... Gut. Du kennst den Weg. Ich beobachte so lange die schwebende Insel. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Herrlich, bei mir läuft die Minecraft Musik. Bei mir lief die Minecraft Musik, sagen wir so. Aber ich könnte eigentlich den Player aktivieren, damit die Minecraft Musik bei mir auch läuft. Dann habe ich aber dauerhaft die gleiche Musik. Also, ich muss ja kurz suchen. Minecraft Downloads, das ist bei Downloads drin. Nö, ist es nicht. Da ist es Minecraft. Ost-Album. Und alle abspielen. Das ist wahrscheinlich noch zu laut, weil... Perfekt. Die lasse ich jetzt die ganze Zeit laufen. Perfekt. Ich habe gerade die... Da, 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 da... Da, 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 da... Da, 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 da... Ja, ja, ja. Ich muss das Zeug von selber holen, das würde ich nicht. Da, da, da... Wui! ui! Gott, ist das ein riesiges Schluch! Boa. da liegt er muss mein zeug ist hier wenn ich schon da bin bringe ich auch leben mal in Nahrung mit der Möbel nicht nur noch fleisch n so blüht das scheiß ich wollte mich ja die Fakten funktionieren. Wahrscheinlich werde ich jetzt ganz gehe und verblende durch dieses Let's Play EG. Durch diesen Shaders Mod. Ist das Gold. Wir haben Gold gefunden. Ich habe ein Gold. Komm, wir gehen. Das reicht bestimmt. Wahrscheinlich, dass die Minecraft immer noch zu laut, die ich im Player aktiviert habe. So, muss ich die jetzt kurz leiter machen. Wahrscheinlich. Nein, fuck, ich habe sie geschlossen. Shit, piece of paper. Jo. Jo, perfekt. Back to game. Kommst du jetzt heute nochmal an dein Zeug, liegt zwar immer noch hier. Ja. Da ist sogar eine Fackel, damit du weißt, wo es ist. Hallo, Zombie. Wo kann ich hier runter? Ich kann einfach dich runtergleiten lassen durchs Wasser. Aha, und wo? Einfach in einer Ecke. In irgendeiner Ecke. Ja, okay. So unten, wenigstens. Hi, andermann. Ja, aber du hast mein... Ich gucke ihn an. Ich gucke ihn an. Ich gucke ihn an. Ich gucke ihn an. Ich habe ihn angeguckt. Ich habe ihn angeguckt. Ist mir aber vollkommen egal. Ja. Komm, teleportiert sie nicht. Ja, ja. Komm her. Ich mach dich kalt. Ich mach... Geil. Geil. Bäm. Was? Gott, wo bist du hin? Ich bin an der einen Ecke von der Höhle. LOL. Ich töte einen Enderman. Super. Siehst du immer noch cool aus mit Shaders? Sollte man echt so einen Pornoladen drauf machen. Tja. Sieht halt immer cool aus, egal. Das ist nur dein Skin und sonst nichts. Ja. Ich bin voll voll verblendet von dem Shaders. Sieht so komisch aus hier. Alles. Aber nicht du. Ich kenne das nicht. Wer bist du? Was machst du hier in meinem... Oh, oh. Was machst du in meinem Let's Play? Was soll das? Cool. Ich kenne das nicht.